ja hallo liebe leute hier und willkommen zu einem weiteren video und zwar habe ich ja schon bei den zwei klassen forscher videos gesagt dass ich noch ein extra video machen will zu den vorschau für soulbinds beziehungsweise conduits und genau das machen wir hier da schauen wir uns genau an was soulbinds eigentlich sind bzw wie conduits genau funktionieren hört sich alles ein bisschen kompliziert an aber wenn man das ganze erst mal spielerisch selber gesehen hat ist eigentlich relativ simpel am leichtesten zu vergleichen ist das ganze system eigentlich mit den artefakt waffen aus legionen denn wir haben hier wieder extra skill trees dabei und in diesen skill trees können wir auch noch relikte reinzocken und die relikte die sind ja wie bei den artefakt waffen halt empowern sie gewisse fähigkeiten und genau das schauen wir uns jetzt hier an auch wenn ich hier im video jetzt nicht jeden einzelnen soulbind tree zeigen kann unten in der beschreibung ist ein link für wowhead da könnt ihr euch selber noch mal für die covenan die ihr dann wählen wollt die jeweiligen soulbinds aussuchen denn soulbinds sind wie gesagt skill trees die findet man dann in seiner covenanthalle ich für meinen fall bin gerade auf meinem paladin und bin bei revendreth das heißt hier bei den vampire boys und wenn wir dann hier hingehen dann sehen wir hier skill trees diese skill trees funktionieren wie gesagt ähnlich wie auch schon bei der artefakt waffe einzige ausnahme ist hierbei dass die skill trees quasi limitiert sind was man skillen kann das heißt man kann hier nicht automatisch alles killen also das funktioniert nicht so dass einfach jede einzelne ding irgendwann ausgefüllt ist so wie es bei einer artefakt waffen war das war was was mich bestimmt persönlich gestört hat in legion dass bei den artefakt waffen der weg den du gewählt hast irgendwann egal war weil du hattest sowieso alles ausgeskillt das ist hier nicht der fall sondern du entscheidest dich hier immer aktiv für den ja für die skillung die du halt in dem sinne dann haben willst für den jeweiligen content in dem spiel ist du kannst es nämlich jederzeit reskillen wie man hier sieht leider ist es hier gerade back das sollte normalerweise nicht hier rüber gehen aber irgendwie kann ich das gerade nicht wechseln oder doch jetzt wechselt okay wunderbar haben jetzt ist es leichter zu verstehen und zwar man kann sich dann hier für den weg auswählen was man denn hier dann schlussendlich skillen will ich erkläre dann alles noch genauer als allererstes mal man hat drei verschiedene soul beins für jede covenant die man hat das heißt wenn ich jetzt revendreth gehe habe ich drei extra wenn ich jetzt zu arden wild gehe habe ich drei extra das heißt je nachdem wie ihr euch da entscheidet habt ihr natürlich andere fähigkeit und einen anderen aufbau von dem ganzen in meinem fall wie gesagt ich bin bei revendreth und die erste die wir hier gleich kriegen das ist nadia nebelklinge oder nadia nebelklinge da kriegst halt den ersten soul bein kriegst von alleine wenn du dich dafür entscheidest den zweiten in dem fall fio da den kriegen war wenn wir einfach ganz ein bisschen hier gequestet haben dafür muss man echt nicht viel machen sondern es ist eigentlich direkt auch wenn man hier die die halle ausgewählt hat oder auf level 60 sich dann entschieden hat welche kovenant man nehmen möchte dann kann man sich hier quasi für den zweiten entscheiden und der dritte den kriegt man dann wenn man die kovenant kampagne durchgemacht hat wie auch schon zu bfa gab sie die kriegskampagne zu legionen gab es die ohrenzahlenkampagne diesmal gibt es die kovenant kampagne wenn man die kovenant kampagne beendet hat dann kriegt man nummer drei beim ersten hat man automatisch den ersten part hier freigeschalten wenn man den zweiten welt glaube ich wenn ich es richtig verstanden habe dann geht es direkt bis zum dritten und wenn man den letzten freigeschalten hat dann geht es automatisch bis zum fünften was man es gehen kann das heißt 1 2 3 4 5 was man insgesamt dann skillen kann ansonsten skillt man das mit einer neuen währung und die heißt renown ich weiß gerade nicht ob man hier irgendwo ich glaube rum ist der deutsche name für die währung hört sich erstmal gleich an wie die artefakt macht funktioniert allerdings nicht gleich sondern das ist tatsächlich capped da kann man nicht einfach unendlich viel fahren oder muss die ganze zeit wie im bfa halt inslexpedition und sonst irgendwas durchballern sondern du gehst her hast halt hier eine quest die quest wie oft man die schlussendlich macht so wie es aussieht ist es glaube ich eine weekly zumindest wird so markiert als wäre es eine weekly da kann es dann in rum abholen da muss in den mohr reingehen und das war es dann dann bis quasi für diese woche fertig kann auch sein dass es vielleicht eine daily wird aufholen mechaniken wurden schon auf der blizzcon gezeigt da gehen wir gleich noch drauf ein das heißt es gibt wirklich nicht viel was man dafür machen muss dass man hier up to date ist das ist eine arbeit für diese quest und fünf minuten und dann ist man dann damit und dann brauchst du dich eigentlich nicht weiter rumscheren weil dann schaltest halt das ganze halt nach und nach frei man braucht das auch nicht extra frei schalten denn das wird automatisch für alle anlockt das heißt wenn ich jetzt genug rum gesammelt habe dann anlock ich hier für jeden immer die trance runter ich kann allerdings nur einen immer gleichzeitig aktivieren das sieht man hier auch mit aktivieren das heißt das ist da egal und auch wenn ich jetzt sage ich will zum beispiel nicht mehr bei revendrev sein sondern ich will jetzt nach zu den kirien gehen dann kann ich auch ganz normal rüber switchen und das ganze der ganze ruben den ich dort gesammelt habe der wird auch automatisiert einfach mitgenommen das heißt ich brauche mir da nicht irgendwie ja mir sorgen machen dass das irgendwie ja alles verloren geht was ich da schlussendlich gefarmt habe also noch mal ganz fix zusammengefasst von dem was wir jetzt gerade besprochen haben man kann hier einen solbein oder man kriegt beziehungsweise den ersten solbein wenn man das hier anlockt hat der zweite solbein den kriegt man relativ schnell danach und der dritte den gibt es über die covenant kampagne man kann jederzeit alles auswählen was man auswählen möchte der rum um das quasi auszuwählen die einzelnen reihen hier den kann man über eine weekly oder daily freischalten je nachdem wie sie das schlussendlich dann vorhaben wie gesagt ist die beta es können sich jederzeit noch systeme ändern aber so ist es zumindest vorerst vorgesehen das ganze dann gehen wir hier gleich weiter oder beziehungsweise gehen wir noch einmal ganz kurz zurück und zwar man kann ja zum beispiel hier sagen man skillt hier bei dem solbein einmal hier in der mitte runter weil ich den jetzt als im falle vom parlor den ich will zum beispiel den unbedingt für retri nehmen dann sage ich habe zum beispiel den zweiten und das kill ich halt irgendwo auf der seite rum und den will ich unbedingt für tank nehmen kann ich das switchen jederzeit zwischen den zwei ja das kann man denn man kann einfach hier war je nachdem welchen packt man gewählt hat neben seinem minimap drauf drücken und dann sieht man hier jederzeit hier den seelenband boni und den kann man tatsächlich über das interface hier wechseln das heißt kann hier einfach rüber gehen und kann sagen aktivieren und dann ist einfach das andere soll bei aktiviert was ich nett über das minimap icon machen kann das ist den fad hier zu ändern das heißt ich kann hier nicht hergehen und sagen ich will jetzt unbedingt ganz fix auf das umskillen sondern ich kann nur zwischen den solbeins wechseln aber nicht ins killungspfad wechseln wenn ich den killungspfad wechseln will gehe ich einfach hier rein und dann kann ich sagen ja ich will zum beispiel vielleicht jetzt das haben und ich will hier dass es auf der seite rüber geht weil ich das talent brauche oder den gewissen conduit haben will und dann kann ich genau so rüber skillen außer am ende da führt es dann meistens zum gleichen wobei diese talente hier nachgefahren immer wieder rebalanced werden das heißt es ist auch nicht so sinnvoll da jetzt unbedingt darauf einzugehen wir schauen es natürlich ein paar an aber nur so viel mal dazu das heißt man kann jederzeit solbein switchen aber nicht ins killtree außer man geht zur ohrenzahl das heißt wenn ich jetzt weiß heute steht mir viel plus an ich will unbedingt irgendwie heavy away skill für den und den fx dann gehe ich zum beispiel so runter und kann das halt natürlich dann ändern wenn ich sage ja vielleicht brauche ich für die andere inni dann hier vielleicht war es und für die eine inni da war es dann kann ich das natürlich optimieren ich in meinem fall wir persönlich eventuell ein für tank ein für heal ein für dd nehmen oder vielleicht für meinen fall ich spiele gerne tank und dd wahrscheinlich zwei dd trees und einen tank tree aber wie gesagt da man es jederzeit ändern kann ist das jetzt nicht so tragisch jetzt gehen weiter darauf ein und zwar was sind diese leeren dinger hier das habe ich ja vorher schon erwähnt das ist wie bei der artefaktwaffe wer zur legion gespielt hat da gab sie die relikte die man einfach rein zockeln kann das funktioniert hier ganz ähnlich und zwar haben wir ja einmal potenz widerstand und finesse conduits heißen die dinge die man hier quasi rein zockeln kann als erstes mal woher kriege ich die hier überhaupt wo finde ich die und zwar ganz simpel die können entweder aus bvp sein indem man sich gegen ehre kauft also es gibt ja wieder ehre und eroberungspunkte da kann man die einfach kaufen gewisse es gibt manche die droppen aus rails es gibt manche die droppen aus dungeons es gibt manche die gibt es von world quest also man kann die quasi aus verschiedensten orten holen einziger nachteil momentan was bei der community auch noch nicht allzu gut ankommt könnt ihr ja gerne auch mal euer feedback unten da lassen das ist dass diese dinge ein verschiedenes item level haben heißt also wenn ich jetzt eins aus der world quest krieger dann ist das vielleicht 130 item level und der effekt darauf ist natürlich auch niedriger wenn ich jetzt eins aus dem raid habe ist das vielleicht 190 item level und der effekt ist natürlich stärker das ganze wird dann sobald man eins bekommen hat wird das immer hier in das interface automatisch übernommen das heißt wenn ich jetzt sage ich mache eine world quest und krieg den conduit dann ist er für immer hier drinnen und ich kann in jeder zeit hier wieder wechseln gehen wenn ich jetzt zum beispiel aus der world quest das ausmerzung hier bekommen habe und danach zum beispiel in raid gehe und da ein besseres kriege dann wird das automatisiert überschrieben und dann bleibt das ebenfalls für immer hier drinnen das heißt wenn man ein höheres item level kriegt dann wird das automatisch überschrieben und man kriegt generell einfach das bessere was man damit mitnehmen kann das heißt umso schwerer der content ist den man spielt umso mehr damage kann man natürlich rausholen ist nicht wirklich ein unterschied zu sonst mechaniken im spiel weil ich meine wenn man jetzt geartechnisch anschaut wenn ich jetzt schwereren content spiele im spiel egal ob mythic plus ob arena oder raiden gehen mythic raids dann kriege ich da natürlich auch das beste item level ist bei den items ja nichts anderes nur dass ich hier gewisse fähigkeiten habe und sonst overall halt quasi alle fähigkeiten gebufft werden durch stärke secondary stats oder sonstige dinge das heißt hier hat man noch mal ziemlich coole trades und diese trades die sind alle klassen spezifisch oder beziehen sich auf die jeweilige covenant wo man denn mit dabei ist je nachdem welchen trade man hier wählt man sieht ja hier extra mit dem kreuz markiert mit dem blitz markiert oder mit dem schild ob das jetzt potenz widerstand oder finesse conduit sind die man hier sorgen kann und je nachdem welchen weg man wählt kann zum beispiel sein der effekt ist ganz gut weil ein single target gut ist aber wenn ich hier rüber gehen muss dann muss ich ein defensiv conduit nehmen vor allem wenn ich vielleicht hier über den weg gehe dann müsste ich halt zwei nehmen und dann muss ich mich halt entscheiden ist es mir das wert dass ich dadurch wieder auf der mensch verzichte aber das ist einfach so ein cooler theorie kraft den man da noch mal dahinter hat ich finde sowas immer sehr sehr interessant ich mag generell so theorie crafting aber ich kann es verstehen wenn man das auch nicht irgendwie so mega feiert weil viele wollen es dann immer verständlich aber ja gut das ist halt baseline von dem mmo dass halt immer ein paar sachen zum nachdenken mit drin sind da kann man dann wie gesagt einfach sagen man will das rein socken man kann die auch nicht stacken das heißt ich kann jetzt wenn ich den hier rein mache kann ich nicht sagen ich will den da unten auch noch rein haben sondern es gibt nur entweder oder das heißt man kann die nicht jetzt irgendwie drei mal denselben reinballern sondern sagen ich will jetzt unbedingt ausmerzungen drin haben dass meine klinge halten blied hinterlässt ich will dann unbedingt dass meine richterteile hat noch zusätzlich holischaden verursacht dann kann ich das hier noch rein machen dann sehen wir hier aber zum beispiel ein finesse medium finesse haben wir hier was haben wir hier cooles aura der kreuzfahrer verringert die dauer von furchteffekten für allen verbündeten um 30 prozent das heißt wenn ich mir eine aura aktiviere sind vier kürzer könnte ganz cool sein in gewissen dungeons wo halt irgendwelche vier effekte sind könnte cool sein in arena bin ich gegen den hexer oder krieger spiel die hat vier fähigkeiten und ein priester dabei habe dann kann ich sagen zum beispiel der hexer fängt jetzt an die ganze abelmaid spam zu führen dann kann ich ganz schnell einfach die aura wechseln und dann sind die vier dauer halt auf mir selber drauf verkürzt was hat natürlich im menschen support mitbringen kann das gleiche ist halt ja auch mit sägen der freiheit gewährt halt mehr geschwindigkeit bzw wenn die sägen auslaufen dann kriegt mein mail weniger schaden das heißt ich kann zum beispiel hergehen kann im frieden waffen oder kann insekten und dadurch kriegt er weniger damage kann hier zum beispiel verringert die zauber zeit von böses vertreiben um 50 prozent oder erhöht die reichwert der fähigkeit um 50 meter böses vertreiben war damals immer ein instant zauber jetzt in dem fall es ist kein instant cast mehr das macht nichts anderes als beim paladin zum beispiel untote weg zu führen das hat man in arena und battlegrounds gerne hergenommen zum beispiel hexenmeister pets weg zu führen oder den gargoyle vom todesritter oder vielleicht pet vom todesritter und dann hätten wir noch erhöht die dauer von göttliches ross natürlich mehr mobility warum nett könnte man hergehen ja ich will mehr mobility dann machen wir das noch ein zu guter letzt haben wir hier noch zum beispiel abschirmende worte das heißt jedes mal wenn ich ein wort der herrlichkeit einsetze dann wird 15 prozent vom healing wird auch noch absorbiert danach wenn ich schaden erleidet wird die abklingzeit von gottesschild fünf sekunden verringert dieser effekt kann nur einmal alle 30 sekunden ausgelöst werden da ist wahrscheinlich auch umso höher der conduit umso öfter kann es brocken das heißt meine bubble wäre auf der ready meine wei heilt mich und meine mails schild der rechtscharfheit verlängert die dauer von unermüdlicher verteidiger das bringt mir nichts weil wir sehen schon das ist nur für schutz only das heißt das brauche ich dem sinne nicht reinmachen das was für mich hier gerade am sinnvollsten wäre dass mir vielleicht meine bubble öfter ready ist dann können wir es reinmachen und dann kannst sagen medien anwenden ja und dann sind die hier drinnen gesockelt wenn ich diese medien raus machen will das ist der einzige nachteil wenn ich sage ich will unbedingt diesen pfad spielen und will allerdings diese conduits wieder rausnehmen dann geht das nur einmal alle fünf tage das rausnehmen an sich das kostet eine währung das ist aber sehr 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 billig die währung sollte man eigentlich mehr als genug nebenbei kriegen und kann kann ich halt drauf drücken und dann haut alle medien hier noch mal raus und ich kann alles noch mal neu verteilen das heißt da sollte man aufpassen man kann aber da sowieso nur eins drinnen ist kann man halt hergehen und verschiedene hier reinmachen damit man immer einen weg hat wenn zum beispiel die talente hier generell vielleicht nicht allzu viel rausholen und man sowieso nur das abenteuer lustig zum beispiel haben will dann kann ich dann sagen ja vielleicht ist das mein main weg den ich immer spiele aber für andere dingen kann ich ja zum beispiel hier noch irgendwas reinmachen ich will zum beispiel unbedingt das hier spielen und vielleicht unbedingt das ja dann kann ich wieder auf anwenden gehen und dann sagen ja dann kann ich da zwischendurch die skillung hier spielen und dann profitiere ich hier vielleicht für aschewelle noch mal mit dem mit dem debuff mit drauf das heißt da kann man dann immer schön selber skillungen zusammenbauen einzige nachteil ist natürlich für verschiedene skillungen das muss man sich dann selber entscheiden weil wir sehen ja schon das ist ja teilweise für heilig oder schutz und dann muss ja selber wissen will ich zum beispiel eine bahn bauen wo ich sage ja das ist so mein tank tree dann mache ich zum beispiel das rein und dann kann ich das hier rein sockeln und dann sage ich wenn ich das hier spiele das ist für tank wenn ich den hier spiele in der mitte runter dann ist das für die idee und wenn ich hier spiele ist es für holy aber man darf halt nicht vergessen man hat dann hier noch ein skill tree und hier noch ein skill tree das heißt man kann sich das wirklich so zusammenbauen wie man das persönlich haben möchte ich persönlich finde das ein ziemlich cooles cooles system ich sehe ein paar probleme damit vor allem das item level auf den relikten drauf ist finde ich persönlich ein bisschen problematisch einerseits finde ich es cool weil man dadurch wieder charakter progression noch dazu hat dass man halt selber darauf arbeiten kann und wenn man schweren content spielt dass er mehr damage dabei raus hat oder halt mehr survivability oder was auch immer und ich klasse dadurch noch runter spielt weil da sind halt schon sehr sehr coole sachen dabei wie zum beispiel pferd hält länger das mit dem vier blied oder sonstige dinge das beeinflusst also schon immer die speck sehr hart und dann hat man hier noch so sachen wie bei eurem erscheinen vom schattentor werden alle gegner im zielort sechs sekunden desorientiert die fax die sind natürlich in bvp immer genervt also in bvp ist das jetzt kein sechs sekunden desorient sondern ich glaube irgendwie zwei sekunden oder sowas das heißt im bvp braucht man da nicht allzu sehr darauf achten das sind dann eher so sachen gut mit movement speed oder so irgendwas in der art dann haben wir zum beispiel hier die vorteile von sättigung fläschchen und waffenverzauberungseffekten werden 15 prozent erhöht können bvp ganz gut sein aber da ist natürlich der auch gut der erste gegner davon dem im den ihr im kampf schaden zufügt wird als euer widersacher markiert ihr fügt ihm vier prozent mehr schaden zu und er euch zwei prozent weniger schaden ihr könnt immer nur einen widersacher haben holt natürlich auch gut schaden raus und da muss man halt dann selber ein bisschen rumentscheiden natürlich jetzt dann wieder sims geben und guides geben was am besten ist aber für mich persönlich ich finde es einfach immer cool wenn ich meinen charakter so weit wie möglich kustomisieren kann sofern es nicht nebenbei mit einem immensen grind zusammenhängt weil wie gesagt die relikte da ist ja nicht viel dahinter so ein relikt zu kriegen wenn das jetzt sagen wir ich hoffe dass es nicht zu sehr einen sprung macht wenn ich jetzt sage ich habe ausmerzungen auf 155 und dann ist das 18 prozent schaden und wenn ich jetzt auf 190 habe dann wäre es halt 22 23 prozent schaden dann wäre das jetzt für mich nicht so gravierend aber wenn das jetzt sagt das ist 20 prozent auf 155 und auf 190 ist es auf 40 prozent dann ist es natürlich ein problem und könnte natürlich sehr sehr gravierend sein gerade für ja gerade für bvp meistens eher das problem als für bfe dass man da dann mithalten kann aber alles in allem ich finde das system wirklich sehr sehr cool gerade dass es nicht grind lastig ist also ich spiele wer mich kennt aus streams oder sonst irgendwas ich spiele alle zwölf klassen und ich finde es cool natürlich dass man da nicht allzu viel fahren muss gerade artefakt macht in legion und bfa war natürlich sehr ein ziemlicher grind bzw legion am ende nicht mehr bfa nach wie vor noch ein bisschen ob es am ende jetzt auch nicht mehr unbedingt aber da war es natürlich ein bisschen problematisch und jetzt mit dem rum sieht das ganz cool aus auch noch cool was man allerdings noch nicht in game sieht das ist dass man den rum also die die währung die man braucht um das hier freizuschalten die währung wurde auf der blizzcon zumindest gesagt dass wenn man jetzt sagt man spielt main und fängt halt an in shadowlands und dann spielt man nur den main und dann ist halt irgendwie sagen wir patch 9.1 kommt raus und dann will ich halt unbedingt ein twink spielen kann ich dann relativ fix damit aufholen ja denn man kann verschiedene arten wählen zu leveln in shadowlands unter anderem wurde gesagt dass manche world quests für twinks die hinterher hinken mit dem ganzen dass die dann automatisch rum von gewissen quests kriegen das heißt du kannst dann von 50 bis 60 siehst du schon die world quest und kannst world quest nebenbei abschließen und kriegst dann auch immer den rum mit dazu und so kann es eigentlich relativ fix aufholen ohne jetzt viel aufwand zu haben und das ist sehr sehr cool das ist eins meiner favoriten dinge aus shadowlands bisher überhaupt können wir noch kurz darauf eingehen wenn er das dazu ein extra video haben möchte dann können das gerne um den kommentar rein schreiben wir gehen noch ganz kurz darauf ein und zwar ist es generell dieses was muss ich machen auf end content um halt quasi beformen zu können und das ist in shadowlands eigentlich nur das hier also es gibt wirklich nichts was man nebenbei machen sollte die die covenant kampagne sollte man natürlich beenden damit man alle drei soulbinds hat man braucht jetzt nicht unbedingt den dritten soulbind die ersten zwei hat man instant der dritte kann gut sein für gewisse situationen das muss man dann selber entscheiden ob man das haben will aber das ist eine einmalige quest 3 pro charakter um das frei zu schalten und danach ist man fertig ansonsten als hat den rum einmal pro tag oder einmal pro woche den du holst und der rest der hier alles da ist die ganzen quests die man hier machen kann das ausbauen von der covenant halle und so weiter und so fort das ist alles rein für einen selber für achievements für cosmetics das hat alles nichts mit charakter progression zu tun sondern das ist wirklich alles nur für einen selbst auch die world quest sind kein must have es gibt zwar von world quest gewisse conduits die man sich hier holen kann und das anima und so weiter aber das anima ist wieder für die die covenant halle um die auszubauen das ausbauen bringt wieder spielerisch keine vorteile sondern nur halt ja praktische vorteile wie zum beispiel schnelleres reisen durch die gebiete und so weiter der ruf ist kein must have fürs fliegen zumindest wir haben das flugachievement noch nicht drinnen aber das fliegen hängt diesmal mit dem rum zusammen das heißt wie weit man geskillt hat dann schlussendlich man wird wahrscheinlich auch irgendwie ruf brauchen aber das sind ruf farmen in shadowlands ist so angenehm wie noch nie wer zu burning crusade gespielt hat es gibt wieder so dungeon dailies die man machen kann da gehst einfach nach bastion in die hauptstadt da gibt es den dungeon daily die kannst machen schließt ab und wenn sie fertig ist kannst eine von den vier fraktionen wählen und da kriegst du dann einfach eine rufmarke für die du benutzen kannst von den world quest gibt es nach wie vor ruf allerdings nicht mehr so viel da zum beispiel sehen wir gerade ein conduit und es gibt auch nicht allzu viele world quest die man abschließen kann es gibt zwar für ruf gewisse conduits die man dann kaufen kann aber selbst das ist maximal für ruf wohlwollend und nicht irgendwie respektvoll oder ehrfürchtig das heißt es ist alles nicht wirklich mit einem massiven grind verbunden der schlund ebenso im schlund muss man auch nicht wirklich viel machen das ist eher auch wieder für cosmetics oder für achievements titel und so weiter seien sie was da noch ist ist torgast aber torgast ist wieder ein einziger weekly run den man da drinnen macht mit sechs ebenen das dauert vielleicht 20 minuten und dann hat man dafür seine legendaries auch schon wieder fertig gefahren das heißt eigentlich nur torgast und den rum hier holen das ist alles was ein endgame quasi für einen selber relevant ist ansonsten ist ja das was man lust hat ob man bvp spielt bgs oder arena wo es wieder ähre und eroberungspunkte gibt und gear zu fahren es gibt halt die world quest für leute die gerne alleine spielen wollen oder hat die ganzen quest stories es gibt dungeons es gibt mehr viel plus es gibt die raids und es gibt natürlich torgast wo man dann auch noch solo pushen kann da gibt es ja auch ein endless oder beziehungsweise den eigenen modus wo man einfach nur für cosmetics pushen kann und das eigentlich mal dazu ansonsten vielleicht kann ich noch mal extra video dazu machen könnt ihr gerne in die kommentare reinschreiben aber das war es erstmal für die soulbinds wie gesagt wenn ihr sehen wollt was die soulbind bonus für eure klasse sind oder beziehungsweise sehen wollt was die einzelnen covenants soulbind trees für skills oder für fähigkeiten gewähren können als jederzeit gerne machen die fliege hatet mich hier schon wieder jedes mal wenn ich video aufnehme dann könnt ihr als jederzeit gerne machen unten in der video beschreibung ist einfach ein link da könnt ihr drauf drücken das führt euch auf wow hat und da ist alles noch mal genauer beschrieben ansonsten vielen vielen dank fürs reinschauen ich hoffe dass es euch gefallen hat wenn ihr träumchen nach oben vergesst nicht auf meinen social media netflix folgen alle links bemunden in der video beschreibung und dann sehen wir es hoffentlich im nächsten video oder im live stream bis dahin haut rein ciao